Lithium, Natrium und Kalium reagieren mit Schwefel. Hier der direkte Vergleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Ganze nochmal im Zeitloop. Und aus der Nähe. Und aus der Nähe. Der Unterschied in der Reaktivität ist deutlich, oder? Der Unterschied in der Nähe. Der Unterschied in der Nähe. Der Unterschied in der Nähe. Der Unterschied in der Nähe.